Am Donnerstag geht Airbnb endlich an die Börse. Anleger fiebern auf dieses Event hin. Die Suchanfragen für Airbnb-Aktien schießen in die Höhe. Lohnt es sich, direkt beim Börsengang einzusteigen? Oder ist das alles nur Medienrummel und die Aktie wird wie ein Stein fallen? Darüber spreche ich in diesem Video. Ich erkläre dir alle wichtigen Vorteile und Nachteile zur Airbnb-Aktie. Du erfährst, ob ich 2000 Euro investiere oder nicht. Ich würde mich übrigens sehr über ein frühes Daumen hoch von dir freuen. Für jeden Like spende ich einen Cent an Tiere. Danke dir. Airbnb ist ein seltenes Börsenphänomen. Wir haben hier ein sogenanntes Unicorn. Das sind Startups, die vor ihrem Börsengang bereits über eine Milliarde Dollar wert sind. Airbnb peilt eine Bewertung von 42 Milliarden Dollar an. Das sind 56 bis 60 Dollar pro Aktie. Der Wunschpreis wurde gestern erhöht. Vor ein paar Wochen peilte die Buchungsplattform einen Börsenwert von 30 Milliarden an. Das entspricht einem Aktienpreis zwischen 44 und 50 Dollar. Airbnb hat die Preisspanne mal eben um 20 Prozent gesteigert. Das zeigt, wie groß der Hype um diesen Börsengang ist. Als Investor musst du dir unbedingt diese Frage stellen. Was steckt hinter dem Hype? Meiner Meinung nach ist es der falsche Ansatz, ein paar fundamentale Daten zu wälzen und daraus irgendwelche Kursziele abzuleiten. Wir haben hier eine potenzielle Hype-Aktie wie Amazon, Beyond Meat, Netflix oder Tesla. Amazon war vom KGV her niemals günstig. Fundamental war und ist die Aktie teuer. Du wärst niemals in das Imperium von Jeff Bezos eingestiegen, wenn du nur nach dem KGV geschaut hättest. Bei starken Wachstumswerten ist der Proof of Concept entscheidend. Den Begriff kann man grob als Nachweis des Geschäftsmodells übersetzen. Das Unternehmen hat ein Produkt, das die Kunden begeistert. Es gibt Fans, die es gerne kaufen und am allerallerallerwichtigsten, es kommen immer mehr neue Fans dazu. So kann ein breiter Massenmarkt angesprochen werden. Daraus ergeben sich langfristig skalierbare Gewinne. Prüfen wir nach, ob das Geschäftsmodell von Airbnb überzeugen kann. Jeder, der möchte, kann seine Wohnung als Ferienunterkunft anbieten. Du legst fest, wie viel du pro Nacht verlangst. Danach gestaltet es ein hübsches Inserat und fertig ist das Angebot. Du kannst dir also mit Airbnb einfach und bequem etwas dazu verdienen. Davon zwackt sich die Plattform eine Provision ab. Das Geschäftsmodell ist also simpel und einfach. Hier siehst du eine Beispielrechnung von Airbnb. Der Host verlangt 100 Dollar pro Übernachtung. Davon fließen 3 Dollar an die Plattform. Zusätzlich werden vom Gast weitere 12 Dollar Gebühren einkassiert. Zusammen sind das für Airbnb 15 Dollar, also grob 10% von dem, was der Gast bezahlt. Private und gewerbliche Anbieter können ihre Mobilien auf Airbnb anbieten. Die Plattform übernimmt keine rechtlichen Verpflichtungen. Du musst also selber schauen, ob Airbnb in deiner Region legal ist. Der Vermieterservice möchte in Zukunft eigene Wohnungen anbieten. Das würde weiteres Umsatzpotenzial freisetzen. Airbnb kann das tun, was jeder deutsche Supermarkt tut. Man bietet Eigenmarken an. Die Produkte finden sofort Käufer, da der Supermarkt bereits Kunden hat. Airbnb hat über 7 Millionen Unterkünfte in mehr als 100.000 Städten im Angebot. Klassische Hotelketten wie Marriott, Hilton und Windham kommen zusammen nur auf 4,3 Millionen Zimmer. Diese große Marktstärke macht Airbnb zum potenziellen Disruptor der Hotelszene. Natürlich werden Hotels niemals verschwinden. Sie bieten einzigartige Vorteile wie All-Inclusive-Urlaub. Doch sie sind oft deutlich teurer. Außerdem verursachen die Gebäude hohe Kosten. Das ist so wie beim Wettstreit Amazon vs. Einzelhändler in der Innenstadt. Amazon besitzt fast keine Läden. Alles läuft übers Internet ab. Ähnlich ist es bei Airbnb. Die Plattform besitzt quasi keine eigenen Immobilien. Das kann sich wie gesagt in Zukunft ändern. Der Fokus sollte auf privaten Unterkünften bleiben. Authentischer Urlaub wie ein Local ist das Herzstück des Unternehmens. Das Geschäftsmodell hat jedoch einen Haken. Immer mehr Städte wehren sich gegen Airbnb. Aktuell haben wir in beliebten Großstädten eine heftige Wohnungsnot. Über Airbnb vermietete Wohnungen werden als Zweckentfremdung angesehen. Durch die private Vermietung geht Wohnraum verloren. Deshalb wird Airbnb in immer mehr Städten verboten. Der Europäische Gerichtshof hat die Rechtmäßigkeit der Verbote kürzlich bestätigt. Es legt ein zwingender Grund des Allgemeininteresses vor. Baden-Württemberg plant die Strafe für Zweckentfremdung von Wohnraum von 50.000 auf 100.000 Euro zu erhöhen. In solchen Maßnahmen liegt die größte Gefahr für Airbnb. Wenn Städte wegbrechen, können weniger Umsätze erzielt werden. Auf dem Land ist das Geschäftsmodell kein Problem. Viele Touristen zieht es jedoch in pulsierte Großstädte wie London, Paris oder Berlin. In Zukunft dürften negative Nachrichten über Verbote für Kursstürze sorgen. Insgesamt hat das Unternehmen jedoch reichlich Potenzial. Airbnb hat sehr viele Fans. Das zeigen dir die Abonnenten auf Instagram. Der Bilderdienst ist hier eine sehr gute Quelle. Wer auf Reisen geht, teilt seine Bilder bevorzugt auf Instagram. Airbnb hat 4,7 Millionen Fans. Booking nur 1,3 Millionen. Es gibt rund 2,8 Millionen Einträge zum Hashtag Booking. Zu Airbnb gibt es ca. 5,4 Millionen. Außerdem existieren viele weitere Hashtags wie Airbnb Host, Airbnb Experience oder Airbnb Brasil. Wir haben bei Airbnb also eine viel größere und auch aktivere Community. Booking ist ein guter und solider Service. Doch Airbnb bringt einen gewissen Hype-Faktor mit. Deshalb würde ich diese Plattform als Tourismus-Investment bevorzugen. Booking wird niemals den Hype erzeugen können, wie es Airbnb bereits jetzt vor dem Börsengang tut. Beyond Meat hat bei seinem Börsengang gezeigt, wie stark ein Hype eine Aktie nach oben treiben kann. Der Fleischersatzhersteller hatte jedoch einen deutlich kleineren Börsenwert. Außerdem war es der erste medial gehypte Pureplay für die Veggie-Branche. Airbnb wird zwar auch enorm medial gehypt, doch in der Branche haben wir die Booking-Aktie. Es ist also für die Börse kein so wahnsinnig neues Geschäftsmodell wie Beyond Meat. Trotzdem haben wir hier ein Unternehmen, das einen ähnlichen Hype-Faktor wie Amazon, Netflix und Co. mitbringt. Das darfst du als Anleger auf keinen Fall unterschätzen. Der nächste Punkt. Die ältere Generation der Baby-Boomer geht bald endgültig in Rente. Millennials und Generation Z lieben Airbnb. Jüngere Generationen lieben es, wie ein Local zu übernachten. Von 2012 bis 2017 gab es in dieser Kategorie das größte wachsende Interesse. Das Interesse an reinen Partyreisen nimmt dagegen ab. Jüngere Menschen interessieren sich immer mehr für ihre Umwelt und gehen sogar lieber ins Museum. Genau diese jüngeren Generationen sind die Touristen der Zukunft. Wir haben hier eine ähnliche Entwicklung wie bei Netflix. Ältere Boomer schauen gerne das klassische TV-Programm. Doch die jüngeren Generationen bevorzugen Netflix. Millennials und Gen Z bringen immer mehr Geld mit. Deshalb sehe ich Airbnb als Investment für die Zukunft. Die Plattform gilt bereits jetzt als die zentrale Anlaufstelle für authentischen Tourismus. Das Konzept kommt gut an, was die Buchungen zeigen. Seit 2015 haben sie sich mehr als vervierfacht. Doch der Teufel steckt hier im Detail. Die Grafik zeigt die Numbers of Nights and Experiences. Airbnb bietet neben Unterkünften auch Erlebnisse an. So möchte die Plattform mehr Geld aus jedem einzelnen Nutzer rausholen. Leider gibt es zu dieser Geschäftssparte noch kaum nennenswerte Daten. Aktuell lässt sie sich kaum beurteilen. Airbnb hat schlichtweg noch keine Angaben gemacht. Allerdings gab es bereits eine Warnung. Im IPO-Prospekt gibt Airbnb offen und ehrlich zu, dass sich die Suchrankings von Experiences verschlechtert haben. Das liegt am Launch von Google Travel. Du kannst auch ebenfalls nach Aktivitäten suchen. Airbnb setzt auf CEO. Das ist Suchmaschinenoptimierung. Dazu zählen für Suchmaschinen optimierte Texte. Man werkelt so lange an ihnen herum, bis sie weit oben in den Google-Suchergebnissen erscheinen. Google hat aber seinen eigenen Travel-Service herausgebracht. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass die Suchmaschine ihren eigenen Service höher rankt. Jeder verlorene Platz in Google ist dramatisch. Ca. 60% der Nutzer klicken aufs erste Google-Ergebnis. Nur noch 3,4% klicken auf Ergebnis Nummer 5. Suchergebnis Nummer 11 ist die zweite Google-Seite. Dort schauen nur noch 0,2% der Nutzer vorbei, also fast niemand mehr. Wie kommt Airbnb aus diesem Schlamassel? Man muss mehr bezahlte Werbung schalten, was die Ausgaben deutlich erhöht. Das belastet die Kosten bereits jetzt schon. Airbnb hat sehr hohe Ausgaben für Sales und Marketing. 2019 machte dieser Blog ein gutes Drittel aus. Bezahlte Werbung wird wohl einen großen Teil dieser Kosten ausmachen. Wenn Airbnb wegen Google Travel mehr Geld für bezahlte Werbung ausgeben muss, ist das eine sehr schlechte News. Außerdem hat sich das Wachstum generell etwas verlangsamt. Von 2018 bis 2019 lag das Wachstum bei 32%. Die explosivsten Wachstumsjahre könnten vorbei sein. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer und der ist Corona. Das mag sich komisch anhören. Ich sehe die Krise jedoch positiv. Wegen Corona ist der Tourismus eingebrochen. Das hat auch die Bewertung bröckeln lassen. Aktuell steht die Reisebranche schwer unter Druck. Deshalb könne die Aktie zum derzeitigen Preis ein echtes Schnäppchen sein. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der in Zukunft zum Kurstreiber werden könnte. Aber dieser Punkt ist hoch spekulativ. Airbnb hat noch kein einziges Geschäftsjahr mit einem Nettogewinn abschließen können. Es gab nur vereinzelte Quartalsgewinne, wie jetzt im dritten Quartal kurz vor dem Börsengang. Das zeigen dir auch die veröffentlichten Zahlen zum IPO. Der Nettoverlust steht dort immer in Klammern geschrieben. Klammern bedeuten Verluste. Und wir sehen leider immer nur Klammern. Und genau hier liegt die Chance. Wenn ein Unternehmen unverschuldet am Boden liegt, kann man ein Schnäppchen machen. Ich sehe die aktuelle Corona-Lage als Schnäppchen. Ich denke, dass wir nächsten Sommer wieder normalen Tourismus sehen werden. In Großbritannien fangen die Impfungen heute an. In wenigen Monaten sollte ein Großteil der Risikogruppe durchgeimpft sein. Spätestens im nächsten Sommer sitzen wir wieder gemütlich in Bars und Cafés. Es wird wohl keine gigantischen Festivals geben. Doch ich denke, dass normale Städtetrips problemlos möglich sein sollten. Airbnb wird vor allem wegen hohen Kosten kritisiert. Zwei Punkte sind hier sehr wichtig. Airbnb gibt sehr viel Geld für Produktentwicklung und Marketing aus. 2019 machten sie zusammen mehr als die Hälfte vom Umsatz aus. Diese beiden Punkte fressen Gewinne also bereits vorher auf. Sollte Airbnb den nachhaltigen Sprung in die Gewinnzone schaffen, wäre das ein starker Kurstreiber. Dafür sehe ich gute Chancen. Letztes Jahr wurde das Portal Hotel Night übernommen. Das Portal ist auf Last-Minute-Buchungen von Boutique-Hotels spezialisiert. Der Wert wird auf 450 Millionen Dollar beziffert. In dem Rahmen sollte auch die Übernahme abgelaufen sein. Es gab auch weitere Übernahmen wie Urban Door. Das ist ein Portal für Businesskunden, die langfristig buchen möchten. Übernahmen verursachen aber nur einmalige Kosten. Das heißt, die Ausgaben könnten in Zukunft prozentual am Umsatz gemessen sinken. Für mich als Investor ist das ein positives Zeichen. Airbnb dringt aggressiv in viele Tourismusbereiche ein. Man möchte weit mehr als ein Home-Sharing-Service sein. Airbnb möchte sich zum vollwertigen Reiseunternehmen entwickeln. Deshalb werde ich am Donnerstag direkt beim IPO investieren. Sofort dann, wenn es meinen Broker zulässt. Ich denke, Airbnb sollte sich ähnlich wie Netflix entwickeln. Die Streaming-Plattform wurde anfangs heftig kritisiert. Die Konkurrenz wird Netflix ausradieren. Wenn erst einmal Apple und Disney den Markt aufmischen, dann kann man den Laden dicht machen. Viele Anleger haben die Marktstärke von Netflix unterschätzt. Das gleiche sehe ich auch bei Airbnb. Die Plattform ist bei Millennials und Generation Z sehr beliebt. Und das sind die Kunden der Zukunft. Deshalb rechne ich wie bei Netflix mit langfristig steigenden Kursen. Wie könnte sich die Aktie zum Börsengang entwickeln? Der Hype sollte kurzfristig zu stark steigenden Kursen führen. Ich denke, dass es bald darauf einen Absturz geben könnte. Der Absturz sollte kleiner als der anfängliche Kurshype sein. Ich kann damit komplett falsch liegen. Deshalb gehe ich nicht mit einer größeren Position rein. So 2500 Euro herum werde ich investieren. Dir hat das Video gefallen? Dann lass mir jetzt ein Like da, um meinen Kanal und die Tierwelt zu supporten. Am Sonntag nehme ich eine spannende Megatrend-Branche um die Lupe. Wir sehen uns also dann wieder.